in dem heutigen black ops 6 zombie video möchte ich euch zeigen wie ihr diesen tresor hier in der bank öffnen könnt und zwar müsst ihr hierfür drei zettel finden mit zahlen drauf und ich zeige euch jetzt wo die einzelnen locations sind und zwar befindet sich die erste location schon hier direkt am tresor oben auf dem tresen und da seht ihr den game zettel mit den zwei zahlen und wie ihr sehen könnt sind die zahlen ganz links auf dem zettel das heißt das sind unsere ersten zwei zahlen für den tresor die wir brauchen die nächsten zwei zahlen sind hier im comic buchladen unter der theke und da seht ihr die zahlen sind in der mitte also ist das unser zweiter zahlen code und kommen wir nun zu location nummer drei und zwar befindet sich diese hinterm spawn wenn ihr alle türen auf macht ist sie so eine bowling halle und dort befindet sich auch eine kleine bar auf dieser bar sind ein paar flaschen auf der theke die schießt ihr weg oder schlägt ihr weg und so habt ihr schon den dritten zahlen code wenn ihr dann alle drei kurz habt dann geht wieder zum tresor und jetzt müsst ihr die kurz eingeben und wie gesagt wenn die zahlen ganz links auf dem gelben zettel waren dann gebt ihr sie wie ich hier ganz links ein bei mir war es die 56 und wenn es ganz rechts war ganz rechts wenn es in der mitte war dann in der mitte ganz logisch und außerdem lassen euch die zombies in ruhe während ihr den code eingebt und wenn ihr das dann gemacht hat dann seht ihr der tresor öffnet sich und ihr könnt hier eintreten und hier könnt ihr jetzt erstmal nichts machen um diese einzelnen schließfächer in den tresor zu öffnen müsst ihr boss zombies töten diese werden euch dann diese beute schlüssel droppen mit den schlüssel könnt ihr dann wieder zurück zum tresor und die schließfächer öffnen nachdem sie geöffnet habt müsst ihn noch mal mit dem fach interagieren und dann könnt ihr eure beute aussuchen wie ihr seht habe ich in etwa werkzeug bekommen ein lilanes und ja leute das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ich euch damit helfen konnte schreibt mir doch gerne die kommentare und falls sie in zukunft nichts mehr verpassen wort und auf dem neuesten stand zu bleiben lasst doch jetzt ein kostenlos abo da viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal ciao